so liebe leute ich habe gerade mich schon ein bisschen inspirieren lassen mit den super geilen mozart kugeln von reber übrigens peter reber spielt auch boogie woogie ganz toll macht er das und ja ich nenne das jetzt einfach mal reber special oder so ähnlich schmeckt sehr lecker die verpackung ist natürlich genial und ja mal gucken wir machen jetzt hier ein bisschen wenn wenn merchandising dann auch schon richtig ich spiele irgendwas also das hatte ich jetzt gerade gesagt reber special so 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 so